Zahnaufhellung ist eine beliebte kosmetische Behandlung, um ein strahlendes Latschellen zu erreichen. Viele Menschen entscheiden sich F1,4R eine professionelle Zahnaufhellung, um Werffarbungen zu beseitigen und ihre Z-Ani aufzuhellen. Doch wie kann man die Ergebnisse dieser Behandlung aufrechterhalten und ein langanhaltendes Strahlen des Latschellen bewahren? In diesem Video werden wir Ihnen hilfreiche Tipps geben, wie Sie die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrechterhalten kann. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren. 1. Regelmaheige Zahnhygiene Die Basis F1,4R ein strahlendes Latschellen ist eine gute Zahnhygiene. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Z-Ani mindestens zweimal taglich putzen, um Werffarbungen zu vermeiden. Verwenden Sie eine fluorithaltige Zahnpasta, um Ihre Z-Ani sauber und gesund zu halten. 1. Vergessen Sie auch nicht, regelmaheig Zahnseide zu benutzen, um Essensreste und Plag zu entfernen. 2. Vermeiden von Werffarbungen Um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, Werffarbungen zu vermeiden. Vermeiden Sie den Konsum von stark F-A-Renten-Lebensmitteln und Getrainkin wie Kaffee, Tee, Rotwein und Zigaretten. Wenn Sie solche Substanzen konsumieren, spa ein Viertel L ein Sie Ihren Mund mit Wasser aus, um Werffarbungen zu vermeiden. 3. Professionelle Zahnreinigungen Regelmaheige professionelle Zahnreinigungen sind entscheidend, um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten. Besuchen Sie Ihren Zahnarzt alle 6 Monate FA ein Viertel eher eine GAA ein Viertel endliche Reinigung und Untersuchung. Ihr Zahnarzt kann Werffarbungen fra ein Viertel zeitig erkennen und entsprechende Meinnamen ergreifen, um Ihre Z-Ani strahlend zu halten. 4. Verwendung von Aufhellungsprodukten Um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten, kann Ihnen Sie auch Aufhellungsprodukte zu Hause verwenden. Es gibt eine Vielzahl von Zahnaufhellungsstreifen, Gelee und Pasten, die Ihnen helfen, Karnin, Ihre Z-Ani aufzuhellen und Werffarbungen zu bekämpfen. Verwenden Sie diese Produkte regelmaheig, um ein langanhaltender Strahlen des Latschellen zu bewahren. 5. Mundspareinviertellungen Mundspareinviertellungen kann Ihnen ebenfalls dazu beitragen, die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten. Verwenden Sie eine fluorithaltige Mundspareinviertellung, um Ihre Z-Ani zu starken und Werffarbungen zu verhindern. Spareinviertel-LEN Sie regelmaheig Ihren Mund mit einer Mundspareinviertellung aus, um Ihre Z-Ani sauber und frisch zu halten. 6. Gesunde Ernährung Eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung. Vermeiden Sie den A1 Viertel-Bärme-Eigenverzehr von zuckerhaltigen und S-Aorehaltigen Lebensmitteln, die Ihre Z-Ani schadigen Karnin. Essen Sie stattdessen nahrstoffreiche Lebensmittel wie Obst, GEMA 1 Viertel SE, mageres Protein und Milchprodukte, um Ihre Z-Ani gesund zu halten. 7. Schutz vor Verletzungen Um die Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, Ihre Z-Ani vor Verletzungen zu Scha 1 Viertel 10. Verwenden Sie bei sportlichen Aktivitäten einen Mundschutz, um Ihre Z-Ani vor Stah 1 und Verletzungen zu Scha 1 Viertel 10. Vermeiden Sie es auch, harte Gegenstar-Ende mit Ihren Z-Ani zu afneffen, um Beschadigungen zu vermeiden. 8. Konsultation mit Ihrem Zahnarzt Wenn Sie Probleme mit der Aufrechterhaltung der Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung haben, ist es wichtig, Ihren Zahnarzt zu konsultieren. Ihr Zahnarzt kann Ihnen spezielle Tipps und Empfehlungen geben, um Ihre Z-Ani strahlend und gesund zu halten. 9. Lassen Sie sich regelmaeig von Ihrem Zahnarzt beraten, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnaufhellungsergebnisse optimal sind. 10. Fazit Die Aufrechterhaltung der Ergebnisse Ihrer Zahnaufhellung erfordert regelmaeige Pflege und Aufmerksamkeit. 10. Es ist wichtig, eine gute Zahnhygiene zu praktizieren, Werfarbungen zu vermeiden, professionelle Zahnreinigungen durchzuvereinviertelren, Aufhellungsprodukte zu verwenden, Mundspareinviertelungen zu benutzen, eine gesunde Ernährung zu haben, Ihre Z-Ani vor Verletzungen zu Scha 1 Viertel 10 und regelmaeig Ihren Zahnarzt zu konsultieren. 10. Mit diesen Tipps kann Ihnen Sie ein strahlendes Latschellen bewahren und Ihre Zahnaufhellungsergebnisse langanhaltend aufrechterhalten. 10. Die Aufrechterhaltung der Zahnarzt